Stelchira war eine antike Stadt an der Ostküste der Halbinsel Chokidiki. Ihre Reste liegen am Südostrand des heutigen Ortes Olympiada auf der in den Strimonischen Golf ragenden Halbinsel Leutopie. Gegründet wurde die Stadt um 655 v. chr. von ionischen Siedlern aus Andros. Die Stadt trat nach den Perser-Kriegen, in denen sie 480 v. chr. von Xexis I. erobert worden war dem Attischen Seebund bei. Im Peloponesischen Krieg gehörte sie daher zunächst zu den Verbündeten Athens, doch im Jahr 424 v. chr. entschlossen sich die Bürger unter dem Eindruck der Erfolge des spartanischen Feldherrn Brassidas zum Übertritt auf die gegnerische Seite. Vergeblich versuchte der athenische Feldherr Kleon Stelchira einzunehmen. Im Nikias Frieden wurde die Stadt für unabhängig erklärt, allerdings wurde sie Athen-Tributpflichtig. Später wurde Stelchira Mitglied des tschokidischen Bundes. Als der Makedonen König Philipp II. 349 einen Feldzug gegen die tschokidischen Städte unternahm, eroberte und zerstörte er einen befestigten Ort, den der Geschichtsschreiber Diodor Geirer oder Zeirer nennt. Vermutlich handelt es sich um einen Schreibfehler in der handschriftlichen Überlieferung. Diodor meinte wohl Stelchira. Die Einnahme und Zerstörung der Stadt ist auch anderweitig bezeugt. Stelchira war die Vaterstadt des Philosophen Aristoteles, der dort 384 v. chr. geboren wurde. Aufgrund seiner Herkunft gab man Aristoteles den heute in der Literatur noch geläufigen Beinamen der Stagirid. Er soll Philipp oder dessen Sohn Alexander den Großen, dessen Lehrer er zeitweilig war, zum Wiederaufbau der Stadt veranlasst haben. Der gleichnamige heutige Ort Stagira liegt etwa acht Kilometer südwestlich davon im Landesinneren südlich des Berges Stratonekio. Die antike Stadt stand Pate bei der Namensgebung der 1997 neu geschaffenen Gemeinde Stagira Akantos.